Für die Würdenprüfung verlangen wir für den Handstand mindestens folgende Bewegung. Der Stab ist im Stand. Ich prüfe beide Hände auf den Boden und beide Füße müssen einmal kurz vom Boden weg in der Luft sein und ich lande wieder auf meinen Füßen. Mindestens also diese Bewegung. Wenn ihr versucht den Handstand größer auszuführen, ist es wichtig, dass ihr Schwung holt, eure Hände nah an euren Füßen auf den Boden setzt und die Beine dabei steckt.